Hier seid ihr wieder beim Blumexperiment. Es gibt hier ein paar Unterschiede zu gestern. Es wird immer dicker und geht auch immer weiter auseinander und wir gießen wie immer die Blume jetzt. Wir müssen noch ein bisschen warten. Die werden noch sehr viel größer und es kommt eine schöne Blüte dran. Schaut auch mal auf die anderen Videos rein. Okay bis dann. Tschüss.